so ein wunderschön ja willkommen zurück zu back to saturn x2 map 15 ja meine lust auf doom for doom hört gerade nicht auf also wir sind auf back to saturn x2 mittels doom for doom von daher würde ich mal sagen bei doom eternal da haben wir jetzt sowieso gerade diese komische dreier auswahl da müssen wir sowieso mal gucken wie es da weitergeht haben wir also ein bisschen zeit weil da gerade sowieso ein break in der story ist von daher machen wir jetzt erstmal mit fröhlichen freuden mit back to saturn x weiter und dann würde ich mal sorgen gehen wir auch direkt mal los und keine ahnung spätestens zunehmende release vom richtigen doom eternal mache ich dann auch mit meinem doom eternal display weiter keine ahnung wieso okay bin ich ja mal gespannt was uns erwartet die theorie von unterbrochenen kreisen ja sind ja eigentlich keine kreise mehr ne also ich meine oh ja ich kann mich nicht mehr bewegen wow ich bin wieder in die wand reingesprungen ja ich bin so besiegt was wie war denn das so auf jeden fall dass man nicht gegen die wand springen wie es aussieht auch übrigens wurde aktualisiert ich bin mittlerweile mit der version 4.2 0 von gz doom ok ja das auch aber klar da sind auch noch andere aktiv ok das wird wir jetzt wollen nicht rum sondern machen jetzt hier serious lieben ein bisschen jetzt play gedünst ok das heißt wo 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 alter ich treffe sie nicht was ist eine scheiße ich höre nicht das haben wir auf beiden seiten drei fücher umgebracht speicherlicher falber also ich höre es praktisch hier ich bin keine mehr aber auf jeden fall noch welche von den piggis ich sehe aber keine ne der egal 430 gegner willst du mich ruinieren oder willst du mich urinieren so wo ist jetzt dieser kacko die man höre ich doch die wunderschöne ich höre ich doch die wunderschöne ich höre ich doch die wunderschöne ähm scheiße ja das war ursatzung alter wieder reinhaut alter noch einer das viele denn bitte ne 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 das geht immer so gar nicht okay jetzt hat sie klappt sehr schön so 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 Ich da hoch? Ach du Scheiße, ich will doch doch verarschen. Nein, was denn? Hä? Das ist noch zu kacke. Wir sind zu kacke. Waaah! Scheiße, Alter. Nein! Das ist noch zu kacke. 98% Leben. Das ist noch zu kacke. Wow, nicht so, wie da! Warte, voll an die Maaf. Warte, voll an die Maaf, wie da! Oh, hau, voll mit ihm. Wow! Hä? Boah, Alter. Ich bin runtergefallen. Boah. Alter. Wie zur Hölle konnte ich das gerade überleben? Oh. Von wo denn? Von oben schießt nur einer. Geht doch. Na komm her. Bisske puta. Ach man, kriege ich nicht. Ja, wir haben einen Fünften der Gegner. Wooo. Da haben wir ihn irgendwo verstecken. So. Von wo denn? Ach, da von hinten. Digger. Oh, you're fucking crazy. Geh weg. Geh weg. Please, let me... Alter, direkt in die Fresse. Marschloch. Oha. Geh weg, weg, weg. Was, wo denn, wo denn? Hinter mir war doch frei. Alter, diese Scheiß-Füder, die sich immer rein deportieren müssen. Digger, alter, warum schießt der denn sofort? Ich dachte, der muss immer erstmal anvisieren, oder sowas. Von wo, von wo bitte? War natürlich klar. Das war natürlich klar. Geh weg, zurück, alter. Hier ist wieder von hinten. Wo denn? Alter, ich krieg meine Krise. Okay. Okay. Ja, vielleicht auch nicht. Hier seid ihr alle krank. Marschloch. Man, ich würde hier drücken, Marsch. Gott! Meine Güte! Hallo, da! Dann werden wir hier ein bisschen Leben auffüllen. So. Ja, komm. Noch zweimal und gut, ist der Fall. War das gerade? Und somit auch zweimal, 50 Mal. Krieg und Krieg. Komm, leck mich. Oh, feier. Okay. Reicht mir schon mal? Ja, doch, scheint so. Da haben wir echt Angst mit diesen solchen Geräuschen. Ach, da oben. Oh, Alter. Schon wieder einer. Sobald der eine abschießt, gibt er einen neuer. Boah, dieser Ma... Schon der der leckte. Ich muss mich alle verarschen. Boah, kommt immer noch einer. Ich muss mich konzentrieren. Ja, komm. Alter, wie viele hier einfach sind. Hör nicht irgendwann mal auf, oder kommt einfach immer mehr. Boah, das ist nicht so schlecht. Alter. Sehr gut. noch weiter Alter! Wie sieht denn hier die Arbeit aus? Kann sein, dass da irgendwie ein Arscher ist? Jetzt lass ich da erstmal... Aber wird denn, die werden mich die ganze Zeit verfoltert? Uah! Uuh! Uah! Wow, ein Dreier-Teleporter, der einmal in der Reihe rumgeht. Uah! 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 Boah, Alter. Danke. So, die Frage ist jetzt, was war jetzt hier? Okay. Ach, du Scheiße. Noch ein Spider-Mastermind. Oder wieder der gleiche. Kann das vielleicht auch der Fall sein? Weiß man immer nicht. Oh, Alter. Ja, klar. Ja, klar. Hallo. Tschüss, noch mal hier. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ich bin ja wieder hier unten. Ich frage, ist das jetzt gut oder schlecht? Ich frage, ist das jetzt gut. So, wo muss ich jetzt lang? Hier kann ich wieder hoch, ok. Ach, hier war die Teleporter, ok. Ok. Na, ist doch easy, noch einmal schießen und dann haben wir es auch. Ob es immer wieder speichern hier? Oh, das war's. Ah ja. Aber doch. So, wo geht es? Oh! Da, 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 da! Höh! Okay, hier sind die Tiere, Oder ein Fahrstuhl? Ja, klar. Achso, jetzt kam nichts. Mögliche sein? Ach, das war der Bericht. Ah, von da, wo ich gekommen bin. Wow. Diese Effizienz bei den Werfungen von diesen komischen Dingern. Ach, du Scheiße. Äh, heute gibt's die Räume. Danke. Stöpfeil. Danke. 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 So, easy. ich kann nicht mehr wieder hoch an sollte ich auch nicht runter gehen wo wollte ich verarkehlen hast du davon oh oh Alter, drei Arschweils Oh, wo denn? Sorry hier bin ich ja wieder am anfang stört bitte wo sterben ja loll alter nice ok ich würde mal sagen archwell gegen cyberdemon archwell hat gewonnen ich höre was ich nicht hören will und das bist du ich frage es von wo äh oh ach du scheiße reichen wir runter ich bin okay ja 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 Alter, will ich die Map verarschen, oder was? Hey, das ist doch hier nicht mehr normal. Hallo? Ist da noch jemand? Ach, das ist ein dak. Ups, das war... ach doch, da komme ich wieder rum. Ach, siehst du, das ist das Gerumhaus, wie gerade war. LOL Oh... mit verschmutzung los ich höre jetzt was näher kommen die Frage ist schon so ach die Scheiße hier telepositieren sich schon wieder irgendwelche Fische rein darauf habe ich ja mal jetzt gar keine Lust Nein, nicht zu mir kommen alle weg, alle weg, alle weg da schon Mann ey, dieser Scheiß los zoll gut noch mehr ja, noch mehr die 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 Halt sie wohl runter! Oh mein Gott, ach du sche... Was? Er wird doch grad grad nicht getroffen! Oh mein Gott! Boah, Alter, wo bin ich jetzt hin? Halt! Von da kam ich, genau. Ah, okay, von da unten hab ich die hinten abgeschossen. Okay. Das heißt, ich bin jetzt... Ah, okay, ich bin jetzt wieder bei der Mitte. Nur halt diesmal bei der anderen Mitte. Da ist ein Teleporter. Ist er zu meinen Gunsten oder zu meinem Nachteil? Man wird das nie erfahren. Äh... Weißt du schon, wo musst du überhaupt hin? Ich hab noch keinen einzigen Schlüssel, ich hab noch nichts, noch gar nichts. Äh... Gut, wir gehen jetzt mal raus und versuchen mal weiter hier in die Richtung zu kommen. Ich würde doch gerne mal gucken, was der Teleporter hat. Oh, ich darf nur in die Fresse halten. Wenn du nicht gefragt bist. So, gucken wir erstmal, was der Teleporter macht. Äh... Ach, jetzt bin ich hier wieder. Okay, ja. Ja, das war das Ding hier. Okay, gut. Haben wir das also auch schon mal gecleared? Ja, das war das Ding hier. Ja, ich blick nicht mehr durch. Da oben war ich noch nicht, aber da kommt er auch nicht hin. Also, offiziell nicht, ne? Ich muss mir immer bedenken. Back to Saturn X ist ja schon mal eine Leitung gedacht. Äh... Ah, kein Kopf noch dahin. Das ist nämlich der Weg hier. Oder auch nicht. Ach, hier hinten schon wieder. Oh Gott. Frage ist, möchte ich da hin? Also, ich muss ja früher durch später sowieso, oder? Ach, das ist der Bereich hier. Oh Gott. Oh Gott. Okay, auch nicht durch. Ach, das ist schon wieder so ein Ding, wo man hier so hochflippt und hier wird und nicht mehr rauskommt. So wie es aussieht, habe ich doch keinen Fluchtweg, oder? Ah, ich versuch mal erstmal. Mach's gut. Ah, der Ding ist ausgegangen. Hä, Momentchen. Ich weiß nicht, aber war es ja gerade schon die ganze Zeit offen, oder? Ja, wahrscheinlich... Nee. Mach's gut. Ah, soweit ich das Ding betrete, geht das Ding auf. Okay. Tada. So, das kann ich nämlich auch wesentlich besser hier angivieren. Ich bin jetzt auch immer wieder nach, sag mal... Ich muss mal ganz kurz gucken, aber jetzt haben wir 481. Ich hab irgendwie die Vermutung, dass sie mal wieder spawnen. Achso, jetzt kriegt jetzt oben nämlich ein Archweil. Ja, die spawnen immer wieder nach. Ja, okay, guck. Da kann ich das vergessen. Hinter diesen Dingern ist wahrscheinlich immer jeweils ein Archweil. Das heißt, solange ich die Archweil nicht besiege, kann ich die Fischer sowieso nicht besiegen. Gut, dann versuch ich mal in die Richtung zu laufen. Gucken wir, ob es da irgendwas ist. Oh, schau doch bitte einfach alle hier. Es läuft auch eine Verlierwilder rein Du wirst mich verparschen Arschloch Das war schon dumm Na komm, jetzt muss ich übertreffen Ah, Wahnsinn Classic So, wo komme ich hier lang? Ah, okay, okay Gut Das war eigentlich nichts Lass das mal wieder Gut, also da ist der Geheimweg, den wir gefunden haben Und hier geht es Achso, auf der anderen Seite Bringt uns also alles mit Ah, okay Whoa Was? Achso Das Problem ist, ich sehe hier keinen Weg, wie ich die Arschweiß besuchen kann Wie ist das? Ich habe ihn nicht verletzt. Hi! Die Frage sind... Waren das jetzt die Archwells von drinnen? Könnt ihr euch ja daran sehen, dass ihr dich nicht wiederbelebt habt? Stopp doch mal bitte! Okay, irgendwo ist das noch so ein gutes Ding? Ist hier drinnen irgendwo? Nee, hier nicht. Muss es noch draußen irgendwo sein? Ach, da wo die Archwells war. Ja. Ja. Okay. Na gut. Die Frage ist, was muss ich jetzt hier machen? Versuch mal hier mit 12 Waren, denke ich überall... Okay, geht auch nicht. Was soll ich denn jetzt hier machen? Okay. Okay. Das macht Sinn. Das heißt, ich muss hier lang. Ähm... Nee, geht nicht. Ich müsste da so rüberspringen. Aber das geht auch nicht. Wie komme ich denn da rauf? Wie komme ich denn da rauf? Hier nicht? Ähm... Wo war ich gerade? Oh Gott. Ah! Vielleicht komme ich... Auch nicht. Ich muss da rauf. Die Question ist, wie komme ich da rauf? Sind hier irgendwo irgendwelche Schalter, die ich sehe? Oder wie? Oder muss ich überhaupt da rauf? Sieht aus wie so ein Portal. Aber die Frage ist... A. Ist es 1? Und B. Wenn ja, wie komme ich denn? Und C. D. Okay, nochmal andauernd irgendwelche Sachen hoch und runter. Danke. Ach, die Fakke. Ach, die Fakke. Ach, die Fakke. Ah, der ist es hier. So, ist der Schalter? Nein. Ich muss also irgendwie da irgendwas machen, wo es dann runter geht. Die Frage ist, was? Uah, Scheiße! Was? 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 Oh, Artweil. Ich habe einen Ausweich. Ich habe einen Ausweich. Ich habe einen Ausweich. Ich habe einen Ausweich. Oh oh. Das ist cool. Ich habe einen Ausweich. So, ich bin sicher. Ah, da ist schon keiner. Den gab es ja auch noch. So, du bist Geschichte. So, das war der erste Streich. Ich habe die rote Karte. Die Frage ist, du musst mit der roten Karte hin. Da hinten etwas rotes. Na gut, dann gehen wir mal dahin. Also nach oben. Oh. Ah. Okay. Da habe ich noch zwei Dinger vor mir. Die Frage ist, ähm, wir haben jetzt soweit eigentlich alles geschafft. Ja. Es ist nicht so, was unerforscht ist. Was muss ich denn die Karten? Gut. Ich wüsste was. Ich mache mir wieder einfach. Ja, ich merke gerade, äh, stimmt ja. Doom vor Doom, weil das nur die Schüsselkarte gar nicht sieht. Warum ist das so? I hate you. Ach, ganz unten rechts ist er gar nicht mehr weggegangen. Okay. Dann gehen wir mal in die Richtung. Ja, ich weiß, es ist chic. Aber wie gesagt, ist in Let's Play. Da habe ich in Let's Play, äh. Es ist halt dumm, wenn eine einzige Folge drei Jahre dauert. Von daher. Die kommt bei nirgendwo hoch. Oder ist das dein Secret? Und ich muss da gar nicht hin. Was bin ich hier? Gut, ich gehe nochmal hier rein. Ich weiß noch nicht, wie man da kommt. Ich frage sie, das kommt man da gar nicht hin. Ja, nee, da kommt man so gar nicht hin. Ah. Was? Ach, na, schau mal einen an. Da war ein Secret. Hop, lol. Eins von neun Secrets. Yay. Ist ja nice. Und so. Gut, die Sache ist, hier geht die nicht weiter. Hier ging es bloß wieder zurück. Ah, jetzt wieder der Teleporter. Oh. 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 Waren sie hier schon? Na doch. Hier, macht den Sauber wie Ja, das Neun. Oh, nein. Oh, nein. Per하는lle. We'll." Hey3. hä? wo denn? ich hab mit dem ganzen wiederbeleben spiel mir immer echt in die karten als höchstens so lange wie sie irgendwann geimpft und so wiederbeleben weil wenn ich die auch noch umbringe habe ich ja damit wieder ne? kriege ich ja wieder ein bisschen leben zurück von daher spiel mir halt echt in die karten hä? wo ist denn hier? also ich höre gerade einen pinkie aber ich sehe gerade keinen wie? ich habe das zu runtergekommen ich versuche mal wieder in den raum und den raum rei.... also hier in diesen komischen ganzen zentralen räume reizugehen aber ich weiß doch was das irgendwas bringt ich bin da eher so Ich bin ein bisschen skeptisch. Hier zeigte ich mal gar... genau, hier war die rote Karte. Okay, heißt das in dem Raum waren wir. Dann gehen wir mal in den anderen Raum, da gehen wir aber besser hier lang. Guck mal, das ist zweckdänischer. Ah, okay, hier ist die gelbe Karte. So, the question ist, wie kommen wir an die gelbe Karte lang? Wo ist der Schalter? Ach, da ist der blaue Schalter. Da wird sich auch wieder die Frage gestellt, wo ist der Schalter? Scheiße, ich komme gar nicht runter. Okay. Na gut, ich komme also nur noch hier raus wieder. Damit ich dann wieder hier wäre. Okay, das heißt wir wissen wo die Karten sind, aber wir kommen nicht so wirklich dran. Dazu ist der Bereich, wo die andere Karte liegt. Also der Bereich dahin? Nee. Genau, der Bereich hier, der ist blau umrandet. Das heißt, zu dem komme ich wahrscheinlich nur mit dem Teleporter. Die Frage wäre dann allerdings, welcher? Mal gucken, wo wir überall Teleporter sehen. Oh Gott, ich sehe so viele Teleporter. Ja eben, ja sag doch, das Ding da ist ein Portal. Okay, wir gehen einfach mal ganz sacht vor. Oh Gott, ich sehe so viele Teleporter. Ach du Kacke. Oh scheiße. Wir sind gefickt. Das hat nicht allzu viel gebracht. Oh Alter, hier sind so viele Teleporter. Das gibt's doch gar nicht. Okay, wir gehen einfach mal ganz sacht vor. Das hat nicht allzu viel gebracht. Dafür ist hiermit der Nächste. Ich weiß gar nicht, wie viele Markierungen man machen kann. Ja komm, weg da. Ich bin Arzt. Hä, wovend mal. Ne. Da. Da lang. Ach genau, das Ding. Genau, jetzt bin ich hier. So, das heißt, welche Teleporter haben wir jetzt schon alle? Den haben wir, 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 ah, den haben wir unten, den haben wir unten nicht, den haben wir, da hinten ist noch was, aber keine Ahnung, was das da stehen soll, den Teleporter haben wir und da ist auch was zu, ich weiß was. Okay, das heißt, es gibt noch eine ganze Menge Teleporter, aber wir haben im größten Teil schon alle Teleporter. Gut, ist doch schon mal eine Aussage. Das heißt, wir gehen nochmal hier zu unserem kleinen Raum und gucken dann mal, nein, äh, da haben wir gar nicht. So, was tatsächlich, ach, na schau mal einer an. Ah, na, guck mal einer an. Also müssen wir wieder Schalter suchen. Na gut, ist jetzt nicht das, was ich jetzt gerade gesucht habe, aber trotzdem ganz nett, dass es sowas gibt. Denke ich mal. Die Frage ist, ob es uns jetzt auch hier was da ist. Ah, komm, wir gucken jetzt mal hier die andere Seite, da ist ja auch noch so ein Ding. Äh, nein, da. Hallo? Wo ist denn jetzt? Da. Okay, also, muss ich hier durch jetzt? Ach du Scheiße. Willst du mich ruinieren? Zwei Stück. Fuck ja. Ja, das ist ja. Danke. Fuck. Achso, wir hatten noch ein Leben. Lol. Fuck. 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 Wo sind die jetzt da? Nummer eins ist gestorben, Nummer zwei ist da hinten, aber einzubesiegen ist ein Witz, einer ist ganz leicht, nur halt gerade waren es halt zwei und vor zwei kann man sich nicht wirklich versch- was? Haben wir gerade so angeschlagen oder hat es uns einfach komplett hier... Langsam, ne? Geht das aus dem Sack hier, muss ich mal machen. Aua! Fuck! Ich gehe ein bisschen gleich runter, das ist hier die beste Idee, die man haben kann. So, so kann ich mich am besten verteidigen. Äh, worum muss ich jetzt hin? Eigentlich muss ich auch nur beide auf einem Fleck halten. Alter, diese scheiß Dinger haben mehr Splash an als ich dachte. Oh, Alter, wie viele Splash haben die denn bitte? Ist das die Cyber Demon, oder was? Ich dachte, das sind Imps. Kann man wieder einer von den beiden sterben? Nein! Ich dachte, es reicht jetzt ein Haft, aber die Zache ist. Ich gehe einfach nur auch, was ich gehe! Vielleicht kann man wieder auf einen Aufschlag. Ich gehe nicht auf den Augen. Dann bin ich nicht auf das Verband haben. Aber das ist halt, wenn man mit einem Fehler macht. Ich gehe jetzt auf dich, lieber eine große Befalle zu fasten. Ich gehe jetzt auf ihn mit der einen Aufschlag. Ich gehe nicht mehr auf deinen Geheimen. Ich gehe jetzt nicht auf mich. Ich weiß also, als kommende Konto noch nicht auf mich dienen... Ich gehe das. Oh, Alter, das muss ich noch jemanden eine Arschung machen. Okay, beide weg. So, dann muss ich noch mal wirklich schneller raufkommen. Easy. So, wo war ich jetzt? Ich war jetzt bei dem oberen, ne? Muss ich jetzt also zu dem hier. Hä? Ach so, es war beides das gleiche. Oder bin ich jetzt einfach nur dumm? Also gerade haben wir den benutzt. Ich probiere jetzt mal den oberen, weil das war ja glaube ich der, den wir zuerst probiert haben. Den oberen haben wir zuerst. Und mit dem kamen wir auch. Ja, okay, sind also beides die gleichen Teleporter. Das heißt, das bringt uns erstmal hier primär so weit erstmal nicht weiter. Das heißt, der gelbe lässt sich irgendwo anders öffnen. Der gelbe Key. Wo denn dann wäre die Frage, wie... Oh, wow. Wie? Fächer drunter springen? Einmal hier so... Swap running? Ja, war gar nicht mal so schlecht. Nur bist du ungeschickt. Ob ich irgendwo mal Autos ohne Anlauf nehmen kann? Oder dass ich irgendwo ecken kann? Okay. Fuck. Klappt nicht. Ist ja der Primär. Ich muss doch irgendwas geben, womit man den gelben Key bekommt. Und ich schätze mal, das hat was hinten mit diesem komischen Ding zu tun. Für die ganzen Arch-Viles waren die eine Teleporter da ganz unten. Und ich hab halt absolut keinen Plan, wie wir da hinkommen. Wo kamen wir da... Hä, kamen wir da zu unten? Moment mal, was ist das hier? Ah, na schon. Boah, so einfach? Och, leck mich doch am Arsch. Hallo, ich wollte mit... Leck doch. Hilfe! Gut, das müssen wir nochmal gut und besser machen. Das war natürlich... Ja, ist ja gut. Da will man sich einmal beeilen und... So. Speichern. Okay, das heißt, wir wissen jetzt, wo wir hin sind. Gut, wenn wir uns da rein teleportieren, könnten wir doch eigentlich direkt geradeaus laufen und könnten damit der Gefahr entkommen. So gehen wir einfach mal. Ja, sieht gut aus. So gehen wir einfach mal. Ja, sieht gut aus. Alter! Scheiße! Scheiße! Ach, mögen wir nicht auch noch hier umfälsche? Ich darf jetzt mal wieder Leben. Ich darf jetzt mal wieder Leben. Ich darf jetzt mal wieder ein bisschen Leben auffüllen. Hallo? Ich darf jetzt mal hier mit. Ist das jetzt noch Fade-Elementel oder was? Kann sich hier echt gut verstecken. Alter! So. Hab ich nur noch die Seite? Uah! Ich bin ja einfach schon beide gewartet. Digga! Was ist denn los? Ja, das ist schon keine Elemente. Oder auch nicht. Wie komme ich darauf? Nein! Da! Das war gut jetzt! Da! 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 Das war mal wieder eine lange Map! Sehr lange Map! Oh! Ah! Dann die nächste Map! also am nächsten also morgen dann für euch für mich jetzt gleich in dem Sinne von der Show mit V.